Als ich erwachsen wurde, bekam ich eine Waffe, ich bekam eine Marke und ging auf die Jagd. Er hat mich verarscht. Niemand verarscht mich. Warte, halt. Keine Bewegung. Ist das dein Verdächtiger? Nein, nein. Nein? Nein. Es gibt einen Grund, warum ihr hier seid. Wir überfallen das World Diamond Center. Über 50 Milliarden in Diamanten werden hier jedes Jahr umgeschlagen. Das wird unser fettester Coup auf dem Kontinent. Nimm Platz. Pisst mich an, wenn einer eine Knarre auf den anderen richtet. Du bist kein Killer. Ich schon. Ich schon. In L.A. geht das Gerücht um, die hätten deinen Arsch auf die Straße gesetzt. Ich bin pleite und ich habe satt auf der Jagd zu sein. Bei deinem nächsten Job bin ich dabei. Verstanden? Wir haben ein Problem. Der Marlboro-Mann. Woher kennt ihr euch? Gefängnis. Tinder, um genau zu sein. Tinder, um genau zu sein. Sie befinden sich im sichersten Gebäude in ganz Europa. Es gibt nur einen Ort, an dem sie nicht sucht. Oh, bravo. Auf diesen Straßen läuft's anders. Und wenn irgendwas schief geht, wird mit Blut bezahlt. Es geht nicht um die Kohle, sondern um die Herausforderung. Bereithalten. Komm ich rein und wieder raus. Drei, zwei, eins. Ohne, dass einer schnallt, dass ich da war? Kannst du es fühlen? Ja, ich fühle es. Pass auf, hinter uns. Magazin. Du fährst, wir schießen. Sag, wenn du bremst. Verstanden. Und der Bulle wird zum Gangster. Ich bin